Und herzlich willkommen zu Soma mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Der Feuerlöscher fehlt! So ein Scheiß, kein Wunder. Und wir sind ja in der letzten Folge von diesem komischen Unterseeschiff Kyrie geflogen, welches, ähm, naja, ein bisschen eigenartig konstruiert war. Und ich wollte jetzt hier raus. Simon kriegt die Tür nicht auf. Aber ich denke mal, das ist so ein kleiner Kerl. Ja, sag ich doch. Danke! Und der macht sogar noch Musik dazu. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier gelandet sind. Gestrandet sind wir. Jetzt müssen wir Theta finden. Jetzt gucken wir hier erst mal. Es speichert. Das war ich, ne? Ich glaube, hier geht's runter. Ja, da wollen wir nicht hin. Das haben wir gerade so geschafft, hier auf das Plateau rauf. Ja, ich hab ja mit dem, dieses, das Rettungsschiff, diese Kapsel hier, war ja mit, irgendwie mit einem Sicherheitssystem an dem, an der Kyrie befestigt, an dem Schiff. Und, ähm, um das loszuwerden, musste ich eine Notsituation erzeugen, damit diese Klammern sich lösen. Und das hab ich durch Zufall richtig gemacht, indem ich, nämlich, dämlich-lämlich, na gut, indem ich den, rote Lichter sind nie gut. Rot ist ja auch nicht umsonst eine Warnfarbe. Hier kann ich rein? Nun, man muss sich mal hier drinnen umschauen. Wenn ich hier rein kann, was denn hier drinnen ist? Hier ist wieder so ein Knopf zum Drücken. Ah, man kann mich beobachten. Oh, da ist einer. Hier gibt's Input. So einen Anzug haben wir also auch an. Dann wollen wir mal gucken, was das ist. Fotos. Weiter. Was machen die denn da? Das sieht aus wie Blut hier, ne? Guck mal von da. Hm. Sagt er was dazu? Das sind seine letzten Fotos hier. Ah, ich kann hier raufdrücken. Vielleicht erfahren wir was. Straszke. Achers ist headed für Theta. Delta, wir wollen Anix. Getting a signal, but no audio. Straszke. Es ist Komorabie. Achers ist verrückt. Er ist gefährlich. Straszke. Gut, Delta. Still no audio. Wie kann ich einen anderen Anzug auf den Punkt? Straszke. Ich kann es versuchen. Entschuldigung. Das war eine Sie. Was war das? Ach, da falle ich mich da wieder raus. Das war eine Sie und die hat uns... Die hat diese Fotos gemacht. Sind die da auf so einer Schwebeplattform? Das sieht so aus, als ob die auf dem Boden sind. Hier sind ja auch Felsen zu sehen. Was kann man hier machen? Sonst kann man hier nichts machen, ne? Ranzoomen. Weglegen. Na gut, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber... Also es ist eine Sie hier. Den drücken wir hier mal rauf. Mal schauen, was passiert. Was ist das hier? Hier sind wir. Da hinten ist... Lambda, Delta. Theta ist da drüben. Vergrößern. Augs Station. Hauptquartier. Com-Antenne. Landing-Plattform. Oh, wir sind hier irgendwie auf so'n... Ach du Scheiße, hier ist noch was unterbrochen. Hier gibt's aber eine Verbindung. Was soll denn das sein? Eine Hute? Wir müssen wieder irgendwas finden, was hinschwimmt. Vermute ich mal. Hier ist auch noch ein Hebel. Kann ich den auch betätigen? Der ist klemmt. Der ist klemmt. Hier ist sonst nix weiter zu machen. Wie gewinnt man eigentlich mit diesem Anzug ausreichend Sauerstoff? Der scheint ja hier nie auszugehen. Die Musik wird wieder bedrohlich, hä? Oder auch nicht. Es kommt Musik. Nee, die wird nicht bedrohlich. Und alles ist grün. Und ich mag grün. Da ist wieder ein... Und... Viele Krebse. Ich will nur gucken, ob ich hier was machen kann. Nein. Hier waren matschige Texturen. Pfui. Wir gehen mal hier schauen. Ist auch so ein Ding. Was bist du denn für ein Ding? Hallo. Freund. Naja, hier wird... Hier kann man aber auch lang gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Gehfläche gedacht ist. Jetzt geh ich hier drum rum. Das wollte ich aber gar nicht. Ich will ja alles erkunden. Es laggt. Das sieht aus... Als ob hier was gebaut wurde. Das sieht aus wie ein Triebwerk. Aha. Ich dachte schon, der wollte was mit ihm machen. Was ist das? Komm ich da irgendwie rein? Nee, ne? Ist vielleicht auch besser so. Komm ich nach... Ja. Komm ich nachher gar nicht wieder raus. Was ist das denn da drin? Ist da ein Gehirn drin? Also es gibt eine KI, die ein bisschen an den Knöpfen dreht und die mehr wie ein Krebsgeschwür wirkt. Und die verursacht auch die... Oder hat was mit diesen ganzen Schläuchen zu tun, die hier irgendwo, irgendwo dran rumhängen und reinstecken. Und ich hab zwar mal irgendwo gesagt. 0,2. Aha, hier geht's bestimmt weiter, ja. Aber wir gucken erstmal noch in Ruhe, ob wir hier was anderes finden. Hier ist doch was. Was ist das denn? Kein Signal? Hier muss ich eine Nummer eingeben. Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4. 5, 6, 7, 8. Oh. Aha. Kein Signal. Nein. Hier, dass sie erst einschalten sollen. Schlau, ne? Kann man... Ach du... Na gut, der tut mir glaube ich nix. Ach, muss man das jetzt alles? Ich werd jetzt mal hier drehen und nebenbei kann ich ihn beobachten. Gut, nix. Halt. Weil ich dachte, weil da der, der grüne Strich auf dem Radar-Dingen hat und so gedingst. Der tut mir nix, sonst wär hier auch Geflimmer. Das ist ja nicht. Jaha, das stand kein Signal, ne? Ich lese mal noch nebenbei den Text von ihm, was er da so quatscht. Und hier kommt auch nix. Bei 2 leuchtet das grüne Ding da auf, der grüne Balken. Hier leuchtet jetzt der Link-Verbindung hergestellt. Kanal 5. Ach so, ich muss das glaube ich nur darüber herstellen. Kanal 5 müssen wir uns merken. 216. Und Kanal 2 leuchtet der. Dann muss ich das Ding da bloß stehen lassen. Ich bin ja dämlich. 840. Und jetzt? Vielleicht greife ich ja auch hier etwas vor. Ich weiß es nicht. Wir gucken aber, ich gehe da gleich zu diesem Dingen hin. Ich muss erst mal schauen, hier ist auch noch ein Eingang. Guck mal hier auch. Wo? Welches ist jetzt der richtige? Ist hier noch so eine Station? Ist hier irgendwo ein Pult? Nee, ne? Ah, hier geht's rein in den Nachtdelta. Huch. Was ist das da? Kann man hier was machen? Transport. Fehlfunktionen. Heimatsu-Sat von Phi. Rahmenkomponenten nach Lambda. Pascal, Geschosshülsen nach Teta. Von Geschosshülsen. Hat er doch gesprochen. Rumpf von Lambda. Arghülle nach Phi. Delta-Evakuierung nach Teta. Kom-Morabi, Vermessungsgruppe von Teta. Und spezifiziert nach Teta. Das waren die Transporte. Bin Aktiv-Status. Transport anfordern. Zeppelin 049. Ach, guckt euch das mal an. Fehler. Linkverbindung nicht herstellbar. Antriebsfehler. Was? Linkverbindung nicht hergestellt. Antriebsfehler. Also, die 049 könnte die 216. Antenne. Signalstärke. 216. Linkverbindung hergestellt. Mit 216 ist aber Linkverbindung hergestellt. Aha. Funk. Defekte Audio-Puffer. Dateien wiederherstellen. Zwei Dateien wiederhergestellt. Delta-Teta. 14. Achtet. 21. 03. 21. 04. Straski? Du kannst den Zeppelin jetzt sehen. Gut. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeppes just keep losing their separate routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by re-digging the antenna. Guess it doesn't matter now. Earl, are you coming? No, just me, Goy and Krier. Anchor 7 being a stubborn old man. Alright. See you soon, Brandon. Have me eat back. Mm-hmm. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Wow. Honestly, I didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few drivers in the Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Na, ob dem das so angenehm war? So, wir müssen also diesen Transport wieder herstellen, damit wir da rüber kommen. Da habe ich ja so einen Plan gesehen. Hier kann ich jetzt auch rein, oder nicht? Hier kann ich nicht. Ich weiß aber noch nicht, ob ich hier rein will. Delta. Ja, sehr brav. Ich würde gerne noch bei den anderen Stationen reingucken, ob das geht. Zum Beispiel bei dieser hier. Das habe ich ja nicht getan. Da ist der Kuno. Ich gucke jetzt nochmal. 840. Aha. 049. Ja, das stimmt. Das könnte man. Linkverbindung hergestellt. So, 2016 war ja was. Ich ignoriere den jetzt mal hier, weil ich glaube nicht, dass der mir was tut. Brandon labert scheiße. Wir gehen mal hier rein. Ich mache dann nachher weiter in der anderen Station, aber ich finde, muss ja einen Sinn haben, dass man hier reinkommt. Okay. Hier ist jedenfalls der Knopf, wo ich wieder rauskomme. Das sind ja nur ganz kleine Stationen. Gibt es denn hier wieder Input? Hier ist wieder was. Nein. Zu. Na? Hier ist zu. Schach. Hier kann ich schach. Hier liegt ein Zettel. Das ist gut. Das sind so eine kleinen Mini-Stationen hier. Das ist ja putzig. Hier kann ich was nehmen. Das sind Tabletten. Wie heißen die denn? Alpha X. Blaue Schachtel. Interessant. Was sind denn das für Viecher hier? Augen? Und Maden. Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinen Schädeln nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen. Sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Ach du Scheiße. Ich glaube, hier hat sich einer... Ich glaube nicht, dass in Wirklichkeit Augen so aussehen. Ich hoffe es. Sich anzusehen, wie Wow Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Wahn das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen. Ja, sogar in Schatten zu stellen. Neues Spiel. Kann ich jetzt hier... Fehler, Gegner bist beschädigt. Gut. Sie hat sich wieder die Augen rausgebaut. Hier steht auch noch was. Mein Spiegelbild im schwarzen Blut, unser Verwalterin flüstert. Ich muss aus dieser Hölle retten, muss sie schlafen lassen. Ich muss sie aus dieser Hölle retten, muss sie schlafen lassen. Sie meinen Klarträumen einschließen. Jetzt hat er schon so ein bisschen von... Was von Dead Space mit den Unitologen hier. Da ist eine Kamera, die alles überwacht. Ah, geht von alleine auf. Hallo, Freunde! Ich mache mich, sollen mich nützlich machen. Und mit dem ist... 82 steht da drauf. Na, das sieht nicht so aus, ob du alles im Griff hast. Zumindest hast du keine Augen mehr. Ich schau mal, ob ich... Hier steht Control Room drauf. Kommt man hier irgendwie rein? Wartet mal. Das scheint noch so ein... Ding zu sein. Nein. Ach, das ist der, der kaputt ist, ne? Ne, hier komme ich nicht rein. Doch, hier komme ich rein. Interessant. Control Room hört sich auch wichtig an, für irgendwelche Dinge. Danke, Kleiner. Hast du fein gemacht. Da ist er schon wieder. Ja, wir werden hier gleich mal reingucken. Ach so. Aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.